Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, liebe Geschwister, heute eine kleine Aussage aus dem Buch Al-Zuhd al-Kabiru von Al-Imam al-Bayhaqi, der bekannte große Muhaddith, gestorben 458 nach der Hijra. Hier in diesem Buch gibt es sehr viele Aussagen in Bezug auf den Suhd, auf die Enthaltsamkeit, die das Herz treffen und so weiter und so fort. Er hat hier im zweiten Kapitel Al-Uzlatu wal-Khumul. Al-Uzlatu ist die Abgeschiedenheit und das sich zurückziehen und die Vorzüge davon. Gerade in der Quarantänezeit kann man aus diesen Aussagen profitieren. Shalla wa ta'ala werden demnächst auch welche folgen. Und Al-Khumul. Al-Khumul ist die Unbekanntheit, das Bel-Eha sich zurückzieht in bestimmten Zeiten und unbekannt bleibt und versteckt. Das hilft in bestimmten Zeiten dem Herzen und der Seele. Am Ende hier bin ich auf ein kleines Gedicht getroffen, was zu unserer heutigen Zeit sehr passt. Also man hört sehr viele, sie beschweren sich über die Leute, wie sie sich teilweise verhalten in den Supermärkten und so weiter. Und dann bin ich auf diese Aussage getroffen. Und zwar sagt, er sagt hier, Dieser Ja'far ibn Muhammad war ein Gelehrter aus dem vierten Jahrhundert, gehörte zu den Hadith-Gelehrten. Er beschwert sich über seine Zeit, beziehungsweise über die Menschen in seiner Zeit. Und das ist im vierten Jahrhundert, also vor über tausend Jahren. Er sagt, Er sagt, Bei wem soll ich Hilfe suchen? Und bei wem soll ich Zuflucht suchen? Er sucht sozusagen nach einem Freund. Dann sagt er weiter, Wo ist der Freund und wo ist der Helfer? Er sagt, Er sagt, Zu wem? Oder unter wen wurde ich hier abgeschoben oder abgeliefert? Und unter wem verweile ich hier eigentlich noch? Er beschwert sich. Und dann zuletzt sagt er, Er sagt, Sind das Menschen? Soll ich sie noch entschuldigen? Oder sind das etwa Esel?